hey sub whatsapp und bekommst du einer neuen frage folge sie ist womit mag und wir spielen wieder auf unser lieblings mit und hoffen dass ihr mal gewinnen ich hab die der regel weil ich ein keks ja ich will ja es ist mein halt es wird ja bei mir angezeigt und bei dir auch ich bin ich habe ein hühnchen getötet ich habe zwei getötet ich auch du stirbst wieso kommt ja dieses schweiz die schließt jetzt eigentlich schon öffnet Türen für das wissen von mir aber ich bin mir doch hier stelle ich an die Tür und drückt Ehe Popa es ist ein kleiner das war ja die türen geschlossen du schwanz lucha kommt ihr kaputt machen das gegner ich bin eingeklemmt ich hab dir das ade gel ich habe einen coolen namen genöse das gewehr guck mal guck mal ich hab ein anfall ich dachte ich wäre ja der feind mich auch gekillt oh hier ist die bombe los komm bleib hier wir müssen die bombe beschützen alter warum rennst du da lang ich hab einen gekillt schon wieder hier draußen ist einer bei mir ich hab schon wieder eingekillt ich habe drei typen gekillt ich habe ihn angehittet genau schwanz vergleich okay ich hab drei leute getötet ich ich hab mich so aufgeregt was zum teufel in den morgen ich komme ich komme dich ich komme zu dir nicht dass du kommst ich komme zu dir um das war auch und das kommt das überkommt komm jetzt zu dir noch nünchen noch nünchen der der wo am vorken ich bin tot mit uns frisch ist alle so cooles ab auch vom besten zentren toll wenigstens über der Kompetenz ist da aber nicht zu verletzten so richtig kompetent ist erst in der Welt außer wir beide ist ein Teil einfach der Städte er war noch ein sind bei auch und der die Füße der Kind ist nicht ich habe ich habe es auch 3 2 1 1 1 wir schaffen wir schaffen so ein Jahr heute geht es ein bisschen besser ja ein bisschen der Leon hat mir Enkel abgestaubt dafür kriegst du noch irgendwann Rache wie sie sagt er aber mehr schließlich bloß nicht Olo und ziehen und die das müssen wir finden zu einer Ahnung nicht langweilig was werden wir noch nicht immer die Städte aber ist das immer die Karte dieser Lille immer so schnell dahin frag ich mich ich auch in der Hektur München Eure die genauer natürlich bin ich derjenige der stürmt ich bin natürlich der Einzige der stürmt ich bin ich irgendwie war die Leute das sind nur noch zwei gelebt member gay club ach ja ich bummste den jetzt du bummste den jetzt ich dachte du bummste den jetzt komm runter komm runter was macht denn der Typ oh du schweinier oh es gibt nur noch einer 3 der wird schon wissen was er macht der wird schon wissen was er macht Junge was macht der für einen Scheiß keine Ahnung left to the right to the right wenigstens ist die Bombe noch nicht geplantet the bomb is the planted du kannst kein Englisch the bomb is the plant halt einfach den Mond halt einfach den Mond halt einfach den halt einfach den die die locker bei b wieder ok kein Problem die 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 hallo 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 das genau auf der falschen Dings ja oh geil komm nicht zum Glück hat er dann die Fuse geht oh ja ja hallo geht gut ab und zwar gut gehen gut 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 gewehr die ja 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 zu mir ja 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 was hast du glaube ich hier ja von mir aus nur wieso ich dachte du würdest tauschen ja es war ein Scherzen gut gelegt die ich konnte immer das schnell hin der läuft außen rum ja ja und nun mal die Frage hier rein oh gut er beschützt mich wenigstens ich hab den einen Geld oh ich bin von hinten von hinten oh man ich 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 bin schon wieder gewonnen ich bin der einzige Sturm ist von ich habe überlebt ich nicht ich 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 ach ja wenn ich muss ich massakrieren ich massakriere dich gleich alter wieso alter du scheiße ich hab ja noch ich mach gar nichts komm her jetzt mach gar nichts mach gar nichts du müßig tot Ben ja du bist so ein arg ich kann mich nicht bewegen als ob oh da ist einer da ist einer da ist einer da ist einer kann man mir vorbeigelaufen ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen Hilfe Hilfe ich lebe I can't move I can't move was passiert denn hier ich kann mich nicht bewegen das ich auch oh oh na nö du bist die hier ihm glänzt nicht auch geil der hat mir eine AC zugeboren ne wie ich jetzt wieder bewegen kann ich kann mich immer noch nicht bewegen ah die leibste du drin doch aber spiel hier ist wieder ein spiel dass ich mich wieder bewegen können ich finde ich raste aus es ist ein kurzer er kann ich euch nicht endlich hast du mich abgeknallt die starteten ich habe nur noch 54 Leben als ob ja was ich was nicht wie schon gesagt ich war es nicht überhaupt nicht FB Mark hat einen Teamkameraden angegriffen ja aber nicht dich ja überhaupt nicht nein bin der einzige der Half-Life ist was zum Teufel da ist einer hab ihn gekillt du lebst ja noch leider ich verarschen die Götter ich meinte Gott sei Dank ich Gott ich meinte Gott sei Dank Gott sei Dank aber ich würde andere typisch ist ich suche den jetzt ich habe mir Gott die Kassel die ich hab ihn gefunden nur wegen dir nur wegen dir ja wie du willst du mich verarschen du Schwanny hat er den Erd noch nicht gekriegt der zentlicht sich so ich habe ihn gekriegt er hat er demnächst volle Kanin ins Gesicht geschossen eigentlich schon nun aber die Götzchen der Weg geworden da muss ich nicht mehr erzeugt jetzt noch und das ist auch bei mir auch hier das ist die wirkliche Alter die Freude weil er wird auch die P mehr aber es besser ist hat sich wieder bewegen ja schon mal hier Eikopar hast du ihn ja gesehen aber ich habe den übermalt ich hätte jetzt nicht wieder nicht bewegen können hast du das gesehen das wirklich hab ich fast erwischt oder dahinten sind welche dass er nicht die ins Campanis und ich hab den einen aus Versehen Headshot gegeben verhaftet ich hab den wirklich aus Versehenen Headshot gegeben den Typen da kommen wir den hinten den habe ich aus Versehen Headshot gegeben Alistar ich hab dann versucht den einen Typen abzuschießen aber dann war der andere Typ da aus Versehen das war wirklich so das war wirklich aus Versehen ich hab den München zack genossen ey ich hab den München genossen wo ist der ach bei A mhm scheiße ich glaub das schafft ich hab noch ein Diffuse Kit das ist gut oh oh schaffte 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 boom wir haben überlegt ich mein Dings oh du mieses Schwein na bitte mal zu malen nee hab ich schon Leon guck mal zu mir leg mal kurz gleich stehen guck einfach mal warte kurz jetzt ich verarschen ich schieß dich gleich ab na komm mach tja komm nochmal ich hab dich abgestochen ja komm schieß stell ich mich nochmal ab ok bock hab keinen bock auf den Bann der machinery liebt er noch nee wieder einfach umgefallen ist ich gebe gucken du gehst aber gucken ich geh gerade schon wie eine gehe ich abgucken dann wird er kennt ihr irgendwo also wer also nicht weiter als ihr beides nicht auf die reihe kriegt und gleich so loskommt er hat gehört bestimmt kein aber kein loskopf naja und ich hab die führung ist geil diese schwein und wird gerade auf die schießen ich bin zu wertvoll habe dafür zu viel geld bezahlt ganze 3 cent wissen wir sind recht die tür nicht so machen nein die nicht auch mal und ich habe ich gerade voll zurückgepackt war mal da ist einer ich habe den drei headshots gegeben wo ist der erste ganz hinten da wo ich da wo ich gestorben bin da links war der ich habe den drei headshots gegeben der ist nicht gestorben da so ein schwein wird er ist tot ich bin auf die peter noch ganz hart ganz hart ernsthaft du weißt dass sie dich immer noch hören es gibt noch einer und ich ist ja der mich getötet hat ich glaube ja bei b ist er nicht ich wette der versteckt sich irgendwo geil ich habe ein defuse gilt von mir hast du von mir genommen ich glaube die gewinnen wir fahrt tadellos upsidupsi was oder warum skrattete flöder du wo ist denn der wir haben schon gewonnen schweig ich bin mir ein apk als dritte sie wird mit der stelle war wahrscheinlich auch k aber ich habe ein bisschen gesessen wie ein übermacht warum habe ich es gar unterbrochen ich hatte es kaum k du bist zum teufel machst du das danke 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 und gleich bist du wieder tot ich sehe es ja jetzt schon kommt ich werfe da alles rein so darf ich dir mal ein headdruck geben nee das ist ja nicht oh alter ich hab's gesagt ich hab's gesagt oh scheiße ist noch einer hey ich hab den voll getroffen so mieses schwein ich habe ich wollte erst überlegen er hat kommen messern oder oder nicht dann hat er sich schon halb umgedreht gehabt deswegen muss ich erst riskieren hey 10 0 ich glaube wir haben keine dings ich glaube wir haben keinen team wechsel das war für mich auch die rasieren danach bin ich locker level ab alter ich auch die vorguck mal nach hinten hinter dir oh man du schwein ich hab gedacht da ist nur einer das ist aber immer mehr ich glaube die runde gewinnt vielleicht warum hat er eine dora als profilbild die wollen wir schon aktiv wir werden die runde verlieren auf jeden fall das geht nicht hier ab äh hallo ja ist gut Dora ist natürlich die beste Sprengung Dora ist die Fedora Alter ich hab 14.000 und ich hab 400 soll ich dir was kaufen Leon kann ich ne AWP haben oi 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 cool was hast du auch ich hab mir zwei kaufen wenn man 14.000 hat ja ist logisch und hast du eigentlich FP Mark weil ich in so nem Sniper Clan drinne bin aha hä hä von wo wurde er jetzt getötet hä keine ahnung hä die logik es gibt nur noch zwei Dora lebt noch hab ich auch gemerkt kleine nutter ooooh ooooh viel unfair ernsthaft jetzt hast du nicht gekriegt beim ersten Mal ne 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 ich hab mir die m dings ich hätte sie ne AWP kaufen können brauche ich jetzt ich hab mir das andere Ding geholt ok ok komm dann man ey Leon ich glaub wir brauchen keine keine sech na gut doch Teamwechsel haben wir noch einmal ja ich weiß und dann eine Runde na wir wir haben sowieso gewonnen ich kann ihn niemals aufholen niemals ich glaub dies ist hier ist einer um die Ecke oder da genau ich hab dir ein Headshot gegeben der ist ja hinten im Gebäude drin ich weiß geh rein geh rein bevor er kommt jetzt hat er ein Flash geworfen ey ernsthaft ernsthaft jetzt are you fucking serious Granate reingeworfen mit k k h h h h h wo sind denn die jetzt keine Ahnung k ach ja schweb oh sie sind beim Liedern oh ich glaub ich hab bei B gepläntet ich bin das messer aus ich bin als erster da ich bin als erster da wow und sterb bestimmt auch als erster ja denk ich auch kenn ich doch schon kenne ich doch schon nur noch einer was für die vierte Kürsten die vierste los weil dich weil dich los schnell hin denn die vierste Kürt scheiße scheiße schweb und ja hoher hoher so so geht das mehr aber ich bin wir sind ja 10.000 er ist nicht mehr ich hatte gerade 10.000 ach das ist ein Teil des Sitz hier kommen denn die die und ich bin ja auch eine die 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 wenn du eine Waffe brauchst sag Bescheid ich hab genug Kohle zurzeit Kohle was macht schon kannst du dich schon wieder nicht bewegen doch ich komme hat mir noch eine Pistole gekauft und so bestimmt die du aber du war mit was nein und genau ich hab drei mal in den Reihen gefällt dass ich gestorben mit der der Artikel ja man sehr aber erhält e nur können ich wenn sie nur auf werden ja und bis vorbei ist es wäre cool wenn man alle Türen zu machen könnte dann könnte man sich richtig ich fahre die Runde müssen wir abgeben ja die gehen wir noch ab aber denn und geschafft ein ist der Führung schafft er nicht wir haben bei A geplantet Alter das erste Mal dass sie bei A geplantet hat ja aber jetzt endlich Teamwechsel oder nee danach aber ja na Leon Bross wieder eine AWP nee hab ne Shotgun oh ok ok ich geh vor ich hab ne Shot ja 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 ich hab ne Shootgun du bist ja long range ich bin nah range also nicht Shotgun und nicht nur Shitgun ok ich bin hinter dir naja hat er die paar Meter hinter dir da kommt einer Rest glaube ich ich werde da sehen wenn du als erster stürbst wo da hinten sind ganz viele ja run da ist einer die ich Scheiße! Shotgun Action! Oh, ich hab den mit der Shotgun gesniped. Ja man, und ich hab einen Durchsensor gefickt. Oh man, wer hat den Flashbang geworfen? Oh, ja genau! Wegen dem Flashbang bin ich gestorben! Ich hab gesehen, auf einmal wer nicht abgesniped. Die miese Schweine. Ich wurde auch nicht gesniped. Ja, du hast den Flashbang geworfen. Ich hatte nicht mal eine, aber okay. Warte. Komm mal, ruchta. Ach, das war der Gay-Cup. Ach, ich war das nicht. Gay. Ist der Gay oder was? Das ist aber so. Tut mir leid. Der ist Gay. Das hat eine Frau, als sie sich rumpelt. Diffuse, du Bitch! Das ist Dora, sie für Dora! Diffuse! Diffuse! Oh Gott! Schwannin! Der hat nicht mal einen Diffuse-Kit. Oh, hier wir gehen! Ui! Oh, endlich Teamwechsel! Das war klatschen, leer. Und jetzt werden wir rasieren. Jetzt werden wir aber rasieren. Ja, jetzt werden wir... Hä, wie werden wir nicht rasieren? Oh doch! Oh, ich hab die Bombay! Oh, und ich hab die Miley! Ganz auf jetzt. Smiley dich gleich. Ich hatte, dass man seine Teamkameraden mit den... mit den Smilies nicht voll klatschen kann. Das wär lustig. Irgendwie auch dumm. Dann würde ich sagen, die ganze Zeit machen. Ja, schieß doch die Scheibe ein. Was macht ihr denn? Seht der an? Hühnchen. Hab ein Hühnchen getötet. Der sagt jetzt... Hühnchen. Getötetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet. Loll. Komm mal zu mir. Ich komme. Die sind alle bei B. Komm ja, komm, komm, komm. ich habe gepläntet hatte ich die hinter ich verstecke mich hier hin versteck mich hier und mich hat keiner sehen da ein zu es ist ein guter das ist scheiße Scheiße, da sind welche! Töte, Töte, Töte! Oh, ja! Geil! Ich hab' erst gar nicht geschickt, dass da einer ist. Ich hab's dir auch gesagt. Ähm... Hallo, Herr Mr. Vintage. Wollen Sie die Bombe haben? Von mir aus? Nö. Ich geh mir... Beschützt mich, gehen wir zu B oder A? Äh... A... B... Nein, A, okay. A... B... A... A... B... C... A... B... C... Die I... F... G... Ernsthaft? Nummer 1, 2, 3... 2... R... F... G... U... V... W... X... Y... Z... Komm, rasier! Da ist keiner... Oh, Motherfucker! Alles klar, ich wurde gehatchert. Du? Wurde? Ja. Wurde. Nice Hack! Ach ja... Der guck ich mal, Herr Mr. Vintage, zu. Wixer! Oh, genau von der Seite! Da sind zwei gewesen! Scheiß Kackpratzen! Geil! 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 Wer hat jetzt die Bombe? wenn man in den Nenemann 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 ernsthaft jetzt ich bin es gibt und da guckt sich die auch noch gleich an der Typ ist komisch jetzt könnte doch es ist auch gar keine Ahnung doch welcher wird doch da woher weiß er dass da alle drei sind soll ich du hast doch gar keine ich brauche nur mein Cousin Bescheid sagen ja dann besorgt mal ein paar Hacks ich schreibe ihn nachher da sollen wir mal ein paar Hacks geben für CSGO Wallhack, bababam, tot, bababam, tot, tot, tot ich geh mal durch die Tür komm ganz langsam und tot gekillt ge-killt Pünnchen Pünnchen Pp geh durch ich habe ich habe fast geschafft ich habe jetzt mein futter bekommen die fuhr die fuhr die alter auf so zu kauen wir aufnehmen dann hör auf zu essen es hört man das ist scheiße wir brauchen glaube nur noch zweimal gewinnt oder ja so dass warum wirft er da mal eine granate rein ich weiß nicht wie ich spielen soll mit meiner maus da kommt jetzt keiner rong schatty bomben interessant da sind welche drin da sind welche hast du die gleiche waffe wie ich mit kind die sind da glaube alle draußen also die bombe fallen lassen da ist jemand drin ich habe gerade gesehen ich habe sogar ein skin auf der waffe ich habe sogar ein skin auf der waffe ist der einzige der noch lebt entweder du tötest den letzten oder die bombe dahinten wir sind ich bin nicht der letzte aber so lasst es ab wie das plan fast fast das plan ist doch ist und egal sie lasst die geist juri tatsch ich glaube wir haben gewonnen sollte auch B fremden Der retard Flächte Vakuum ja nicht Ich kann ja alles Alles klar Ich setze mich jetzt hier in die Ecke Fenster zerschossen Fenster kaputt Verrat mich doch nicht Leon Leon Der war ganz schön knapp der Schuss Warte da kommt einer glaube Hä Ich hab den vollen Headshot gegeben Hinter dir hinter dir pass auf Ich hab ihn auch Ein Headshot gegeben Ne hast du nicht wirklich Oh ne Ich muss nur noch eine Runde gewinnen Ja die Ja Glaube ich jedenfalls Es geht immer bis Einer 16 Punkte hat Weil die denn nicht mal aufholen können Ja ich weiß Auch wenn sie schon vier rum Ach ja Ja Levelaufstieg Ja Was kriege ich was kriege ich Was kriege ich ich hoffe keine Waffenkiste Wir halten Oh mein Gott Ich hab mein Mein nächstes Level habe ich Schon über die Hälfte Die Hälfte fast Was Noch explodiert So Leute Muss ich Muss jetzt nicht den Absichtsspruch kommen Oder Oder Hä 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 Ich kann bis 20 Uhr 59 nicht mehr spielen Hä Vorübergehende Strafzeit Gratulation zu ihren letzten Wettkampf Bitte warten sie vor Blablabla Hä 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 ich kann nicht spielen wie unfair Und ich hab gar nichts gekriegt Ich schon Hä ich bin Level Up und hab nix gekriegt Wie unfair Ich hab kapiti scheiß bekommen Was Double Wieso darf ich nicht spielen das ist unfair Ja Doch du kannst immer noch mit mir spielen aber bloß keine dings Kein Wettkampf Ich würde vorschlagen spielen Ich will ich will jetzt mal mit controller spielen Aber mal in die aufnahme wenden Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao